... ... bis zum Nordkap. Aber Bergenhafen gehört auch immer zu einer Fjordfahrt und Norwegenfahrt dazu. Ich wollte Ihnen jetzt mal zeigen, ja erst hier neuere Häuser hier unten links, das waren alles so Lager- und Speicherhäuser. Jetzt haben die... ... ... ... ... ... Untertitelung av NDR 2021 Das ist seit zwölf Tagen rauf und runter und das war einer der beliebtesten Sendungen in Norwegen. Und dann ist die Zahl der norwegischen Bestellung. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR